Um diese Frage zu beantworten, muss man erst mal verstehen, wie Kriege entstehen. Es ist kollektive Gewalt, das heißt eine große Anzahl von Menschen muss sich organisieren und bereit sein, mit Waffengewalt zu kämpfen. Dafür gibt es viele Faktoren, die notwendig sind. Es müssen demografische Faktoren da sein, es muss Personen geben, die bereit sind zu kämpfen. Meistens jüngere Menschen sind da gewaltbereiter, es muss wirtschaftliche Missstände geben, es muss ein politisches System geben, das vielleicht nicht auf diese Sachen reagiert und keine friedliche Lösung eines Konflikts zulässt. Und diese ganzen Bedingungen, das ist wichtig, dass man diese eben versteht, weil wenn man diese ganzen Bedingungen eben kennt, kann man erfassen, wie man mit diesen Bedingungen dann später auch einen Konflikt vorhersagen kann. Wichtig dazu noch, also es braucht nicht nur solche Grundbedingungen, die den Konflikt auslösen, sondern Konflikte sind auch teuer, die verbrauchen Ressourcen, die brauchen Geldmittel. Damit dieser Konflikt also quasi funktionieren kann, braucht man auch Rohstoffe, man braucht irgendeine Möglichkeit, Ressourceneinkünfte zu generieren. Und deswegen können wir eben voraussagen, ob ein Konflikt in einem gewissen Gebiet wahrscheinlicher ist oder eben weniger wahrscheinlich, wenn diese Gegebenheiten eben in der Form nicht gegeben sind. Ein menschlicher Experte kann zum Beispiel für einen Fall sehr stark in die Tiefe gehen und dort sehr genau analysieren, was dort passiert. Er kann auch für 100 Fälle quasi oberflächlich sein und das vergleichen. Und der Computer erlaubt uns eben hier ganz viele Variablen, ganz viele Informationen für ganz viele Fälle zu betrachten. Also in unseren gigantischen Datensätzen, die wir da verwenden, haben wir eben tausende von Variablen auf zehntausende von Fällen, das sind dann Ländermonate, für die wir dann auch diese ganzen Informationen verarbeiten können. Und da scheitert der menschliche Experte dran. Also er kann nicht alle diese Faktoren mit einberechnen, bewerten, in Betracht ziehen. Und der Computer kann eben diese gigantische Menge an Daten auch verarbeiten. Wir nehmen demografische Parameter, zum Beispiel Bevölkerungswachstum. Wir nehmen wirtschaftliche Faktoren, Wechselkursschwankungen, Bruttoinlandsprodukt. Wir haben viele politische Parameter natürlich. Also ob ein Regimewechsel stattgefunden hat, wann die letzten Wahlen waren, waren dort Unregelmäßigkeiten. Wir haben aber auch Sachen wie zum Beispiel den Frauenanteil in dem Parlament. Wir haben Faktoren drin, die die Konfliktgeschichte betrachten. Also gab es vor drei Monaten, vor sechs Monaten dort schon einen Krieg, gab es dort schon Verluste, gab es Demonstrationen. All diese Faktoren können wir einpreisen und in dieses System mit einlaufen lassen, damit es eben eine sinnvolle Vorhersage für die Zukunft machen kann. Für Bürgerkriege funktioniert dieses System sehr gut. Wir haben viele kleinere Akteure, Gruppen, die sich mobilisieren. Diese sind sehr abhängig von diesen ökonomischen Faktoren, strukturellen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Die werden eben alle relativ gut abgebildet. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch Konflikte, bei denen diese Vorhersage nicht so gut funktioniert. Und da kommen wir zum Beispiel auf den Krieg in die Ukraine. Hier sind die Entscheidungen für diesen Krieg bei einer kleinen Führungselite getroffen worden. Und da brauchen wir mehr psychologische Faktoren, um zu verstehen, warum kam es zu diesem Krieg. Zum Beispiel auch die interne Kommunikation von diesen Anführern, in diesem Fall zum Beispiel Putin. Das ist dann wichtig zu verstehen, um zu erfassen, warum diese Entscheidungen so getroffen wurden. Das können wir mit unseren Systemen noch nicht optimal leisten. Es gibt generell zwei Arten, wie wir unsere Konfliktvorhersage überprüfen können. Wir können Zeiträume aus der Vergangenheit wählen, zum Beispiel die Jahre 2000 bis 2010, dort ein Modell generieren und dann eine Vorhersage machen für die Jahre 2011, 2012 und 2013 zum Beispiel. Dann wissen wir schon, wie der Konflikt in diesen Jahren war, also was dort passiert ist in 2011, 2012 und 2013. Und wir können abgleichen, ob diese Vorhersage für die Vergangenheit funktioniert hat. Was wir bei dem Konfliktvorhersage-Wettbewerb gemacht haben, bei dem ich auch teilgenommen habe, ist, wir haben echte Zukunftsvorhersagen gemacht. Also wir haben mit Daten, die bis ins Jahr 2020 reichen, Vorhersagen für das folgende Jahr gemacht, für die nächsten sechs Monate. Und wir mussten diese Vorhersagen abgeben, bevor dieser Zeitraum eingetreten war. Das heißt, es sind echte Vorhersagen in die Zukunft. Und anhand dieser Vorhersagen wurde dann auch gemessen, ob unsere Modelle gut oder schlecht waren und tatsächlich die Zukunft vorhersagen konnten. Man kann mit diesen Konfliktvorhersagen dann präventiv auch schon in Konfliktregionen eingreifen. Mehrere Projekte der Europäischen Union versuchen auch dann quasi Hilfestellung zu leisten, NGOs und Hilfsorganisationen zu informieren, dass hier Gefahr besteht oder eben präventiv gewisse Regionen zu unterstützen, um eine solche Eskalation abzuwenden. Vielen Dank.